Ich schulde euch eine Rechtfertigung. Oder tue ich das? Es gibt Menschen wie mich, die neigen dazu, ihre Entscheidungen ständig zu rechtfertigen oder sogar in Frage zu stellen. Damit sollten wir aber aufhören. Und ich erkläre euch, warum. Aber zuerst muss ich noch euch etwas erzählen. Aktuell kommen kaum größere Videos hier auf dem Kanal. Das liegt daran, dass mir auch die Lust darin fehlt, irgendwie ein größeres Projekt zu machen. Das eine Projekt, was ich längere plane, ist leider unglücklicherweise in Stocken geraten. Und ja, ich bin nun mal jetzt da, wo ich jetzt bin. Aber meine anderen Projekte schreiten voran. Das ist schon mal gut. Ich habe zurzeit hier viele Shorts hochgeladen. Und wenn ihr das noch nicht gemerkt habt, dann müsst ihr mal direkt auf den Kanal reingucken oder aktiviert einfach die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich irgendwas hier hochlade. Aber zurück zum Thema. Ich dachte erst vor kurzem, wie will ich mich rechtfertigen? Rechtfertigen. Warum ich jetzt nur noch diese Kurzvideos mache und keine großen Videos mehr. Aber eigentlich ist das doch vollkommen scheißegal, oder? Wieso sollte ich mich rechtfertigen? Ich mache doch hier, was ich will. Und aktuell will ich mich einfach in Shorts ausleben. So ist es einfach. Aber ich wurde neugierig. Und ja, dann habe ich das gemacht, was alle Menschen machen, die nicht gerade JTBD fragen, sie googeln. Ich habe dann bei meiner Suche einen recht interessanten Artikel gefunden, aus dem ich kurz zitieren werde und ich verlinke euch den gesamten Artikel natürlich unten in der Videobeschreibung. Was sind die Vor- und Nachteile? Haben wir uns endlich für eine Sache entschieden, geht es aber noch weiter. Um ein positives Selbstbild aufrecht zu erhalten, wird die gewählte Variante auf und die andere abgewertet. Um genau diese Rechtfertigung geht es. Und da sind wir auch schon im Kern. Ja, ich habe mich für Shorts entschieden. Und es wirkt vielleicht so, als wären diese faul und es sind ja keine vollständigen Videos, weil ja, die sind ja keine 8 Minuten lang und die sind nicht so kompliziert, da ist nicht ein riesiges Thema dahinter, die gehen maximal, diese Kurzvideos gehen maximal 60 Sekunden. Und ja, irgendwie ist das ja auch ganz cool, so eine neue Videoart und wie auch immer und wie auch immer und wie auch immer. So will ich die Rechtfertigung anfangen. Man hat ja dann auch keine Zeit mehr für irgendwie die Hauptvideos, es kommt irgendwas dazwischen, dann ist das und das passiert und so kommt man eigentlich in einen Teufelskreis. Ich hatte zum Beispiel auch erst den Fall mit einer Diskussion über Monster Hunter. Und da ging es dann darum, dass ich zusammen mit einem Kumpel gezockt habe und wir dann mal wieder gemeinsam Monster Hunter World gespielt haben, was vor Rise erschienen ist. Wir hatten uns ein bisschen unterhalten und da habe ich so gesagt, ja, ich finde Monster Hunter World eigentlich geiler als Monster Hunter Rise. Und dann habe ich aber angefangen, anstatt es einfach so stehen zu lassen, habe ich aber angefangen und habe Monster Hunter Rise seine schönen Sachen genommen, weil es die ja auch hat. Sei es das Movement, sei es die Bewegung, sei es das, ja, weiß ich nicht, halt all so ein paar kleinere Elemente rauszunehmen, weil auch wenn die alle gut sind, Monster Hunter World finde ich immer noch besser. Und wir hatten aber gar keine Diskussion, ich habe mich einfach gerechtfertigt, warum ich Monster Hunter World geiler finde als Monster Hunter Rise, obwohl es so geile Elemente hat. Und das ist so eine Sache, klar, auf der einen Seite ist das vielleicht nicht gemeint, aber auf der anderen Seite muss ich mich ja nicht rechtfertigen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich kann auch einfach sagen, ich finde Monster Hunter World geil und fertig, Punkt. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Das ist einfach ein Punkt, das ist meine Meinung. Dementsprechend sollte es eigentlich auch egal sein. Aber auch da musste ich mich rechtfertigen. Und so etwas kann zu einem Problem werden. Man selbst wird immer unsicherer an seinen Entscheidungen und dahinter fragt sich. Und man wird dadurch nicht wirklich standfest. Man könnte ja eine falsche Entscheidung oder eine falsche Aussage getroffen haben. Man möchte ja möglichst allen Menschen gefallen. Aber seien wir mal ehrlich, Leute. Es gehört dazu, sich auch einfach mal zu entscheiden. Und es auch durchzuziehen. Klar kann man falsch liegen, eine falsche Meinung haben. Aber der Vorteil ist doch, wir können uns auch wieder umentscheiden. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Denn das ist etwas, was auch viele nicht können. Klar kann man eine Meinung haben. Dann gibt es viele Leute, die ziehen das einfach durch mit der Axt durch den Wald. Das ist denen scheißegal. Und wenn sie dann bewiesen werden, dass sie falsch liegen, das ist denen auch scheißegal. Aber man kann seine Meinung umändern. Das ist ja der Vorteil. Wenn man dann feststellt, oh, okay, ich habe vielleicht Kacke gebaut. Oder hier irgendwelche Meinungen gehabt, die einfach nicht geil sind. Dann kann ich das ändern. Und das ist ja der Vorteil daran. Deswegen kann man aber trotzdem eben, um wieder den Bogen zurückzuspannen. Man kann sich ja trotzdem mal für eine Meinung entscheiden oder für eine Sache entscheiden. Und das einfach mal so stehen lassen, ohne eine Rechtfertigung zu machen. Ohne zu erklären, warum mache ich das denn jetzt? Ich weiß nicht, wann ich mal in diese ganze Bredouille reingerutscht bin. Aber das ist schon ein Stückchen her. Aber es gibt es einfach, dass man sich hier ständig am Reinreden ist. Und dann selbst erklärt, obwohl niemand um einen herum dich darauf anspricht, warum du jetzt genau diese Meinung vertrittst. Wie behält man denn sowas? Das ist eben die Kernfrage natürlich, die man da machen muss. Und zwar durch ein gutes, reflektiertes Selbstbild. Das ist natürlich jetzt eine sehr kräftige Aussage. Aber allein jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass ich mich jetzt hier mit einem Video, mit diesem ganzen Thema beschäftige, hilft mir schon dabei, einfach mal zu sagen, weißt du was, fuck it. Es ist einfach so, Monster Hunter World ist besser. Und ob ihr eine andere Meinung habt, schön, könnt ihr haben. Gerne, könnt ihr auch gerne unten teilen. Aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend für mich. Es ist mir nicht wichtig oder es sollte mir nicht wichtig sein. Und vor allem sollte ich nicht anfangen zu diskutieren, bevor wir nicht auf einem Grad sind, wo es halt eigentlich nicht wichtig ist. Und so kann man dann auch ein bisschen seine eigene Meinung ein bisschen wieder festigen, ohne dass man dabei rude wird. Man kann ja auch durchaus, man sollte auch andere Meinungen anhören und auch mal die considern und dann auch bewerten. Aber dann kann man ja auch weitermachen. Entweder man bleibt dann, man muss sich ja nicht gleich anfeinden deswegen, aber entweder man bleibt dann unterschiedlicher Meinung oder wird überzeugt oder überzeugt einen anderen. Das ist aber dann mit einem jemand anderen und nicht schon in deinem eigenen Kopf stattfindend, ständig immer zu das Ganze, dich selbst zu rechtfertigen, weil das kann echt böse enden. Deswegen, wenn du auch so drauf bist, pass auf dich auf, denn das kann ganz schief gehen. Und ansonsten, damit du meine ganzen Shorts nicht verpasst, bitte abonniere diesen Kanal, läute die Glocke, wenn du ein bisschen Gameplay sehen willst oder wie ich mich aufrege oder irgendwas anderes, dann schaut euch das gerne mal an und ansonsten sehen wir uns bestimmt irgendwann in einem neuen Video wieder. Bis dann wünsche ich euch was. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.